hier leute und herzlich willkommen zu euren neuen partz von youtubers iphone geht es dann reloaded ja ach ja stimmt da war ja was wir haben ja in der letzten folge ja aufträge abgeholt viele und die müssen wir jetzt natürlich auch abarbeiten sogar seitdem wir ja gesagt haben auch kommt man macht dann nur besonders den tausend bis 100 über 100.000 abonnenten wenn ihr sieht na toll darauf hätten wir aber auch kommen müssen so dann wenn wir fertig aufgenommen haben wollen wir eine runde essen jetzt geht unser mitarbeiter natürlich raus das steht da als aufgabe ja gehen wir hin müssen wir weil wir dazu verpflichtet sind am 30 august zeigt euch mal warum da hier ja das verlangen die eine veranstaltung und eine veranstaltung ähm moment was stand da ein auftrag hier steht eine veranstaltung ist hmm hmm der komisch 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 aber ich meine damit hmm was ich denn nur meine damit äh warum steht da was anderes dran wenn nichts anderes zu tun ist das heißt ich gerade gar nicht will wir noch so weitermachen schaffen wir heute noch heute noch noch wieder ein level up bekommen ach komm egal essen kann wir machen kann wir gehen wenn wir wieder da sind aber wenn wir das danach abgeschlossen haben dann haben wir es eigentlich nicht machen wir das auch eine preview machen weil der hat gesagt dass das spiel ja gut sein soll dann hoffen wir es mal ja bitte ja bitte danke da machen wir jetzt da machen wir jetzt da bis äh 40% cent und mal bevor wir irgendwas falsch machen und bevor wir irgendwas falsch machen ja 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 wir Ich will vorschlagen, wir kümmern uns für das Gameplay für dieses Spiel. Ich meine, dann brauchen wir jetzt nicht mehr so langsamer zu arbeiten. Hier müssen wir wohnen bis wir 500.000 Abonnenten haben. Und dann müssen wir monatlich 2500 bezahlen. Und danach müssen wir Platz 1 werden. Und am Ende verdienen wir ja neben das Geld auch noch Geld in die Videos. Je mehr Aufrufe wir machen, desto mehr Geld bekommen wir ja. Okay. Und wie ihr seht, wir haben weit über 40k Views. Okay. Okay. Bitte, wir wollen jetzt noch ein Gelb oder Aufnehmen. Aufnehmen. Ach, kam heute halt kein Bug drauf. Aufnehmen. Und? Ich hoffe wir 200.000 Aufrufe auf dem Video. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wow. Wow. Wir haben schon wieder... Wow, wir haben fast schon die 150.000. Wow. Dann soll er wieder ein Video aufnehmen. Mal. Zack. Hä? Lol, bug? Bug! Ihr habt das gesehen. Ich hab da geklickt. Ah, hier ist halt das angenommen. Lol. Also, guter Bug. Oh, wir haben die 100.000. Sonst dann erreicht. Nichts. Ach komm. Sagen wir mindestens 150.000. Okay. Kann man nicht. Weil die Konsolen dafür nicht mehr da. Weil wir die verkauft haben. Das merken wir ja jetzt. Das, was wir daraus für Konsequenzen haben. Mhm. Mhm. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir... Heute noch... Level 18. Mal sehen. Oh Mann. Immer noch. Ne ist... Geschafft. Alles geschafft. Alles geschafft. Komm. Dann soll er arbeiten. Scoot. Soгляд. Ih, die Personal ist sicher. Gebt stört. Ich bin wunderschön. Stört auf euch vor. Ungefähr hat...ungefähr hat das gepasst. Bitte... Aber dennoch wollen wir das Spiel haben. Gitarre? Das stimmt. Was? 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 Äh. Okay, gut. Was? Ach, Mann. Ich habe aber gar nichts bekommen. Mann. Kein Auftrag, Mann. Komm. Egal. Komm. So, dann haben wir zumindest das auch geschafft. Und. Und. Okay. Okay. Ja, aber. Sorry, aber. Wir haben die Konsole nicht startet mehr dafür. Ich habe hier. Mhm. 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 Hmhm. Verschlägt die Spiellogik nicht gerade mehr. Wir warten nur noch ab, bis wir die 15.000 Abonnenten haben. Dann war's das schon für den Part. Hm, haben wir noch nichts erreicht. Okay. Gucken wir mal nach, wo wir doch mal die Konsole bekommen können. Hmhm. Hm. Wie man sieht, wir können's nicht machen. Okay, wir sind noch nicht für den Platz. Okay, wir kommen erst mal wieder zu sehen. Okay, wir müssen noch mal mehr. Also Spam bis wir die 150.000 Abonnenten haben gemutet, so dass ihr auch bescheid wisst. Also Spam bis die 100.000 Abonnenten haben gemutet, so dass ihr auch bescheid wisst. Also Spam bis die 100.000 Abonnenten haben gemutet, so dass ihr auch bescheid wisst. Also Spam bis die 100.000 Abonnenten haben gemutet, so dass ihr auch bescheid wisst. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Das war's für heute.